Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 22. Oktober 2024 besprechen. Und bevor das Video losgeht, ich sehe in den Statistiken, dass sehr viele der Zuschauer, der täglichen Zuschauer, der regelmäßigen Zuschauer auch den Kanal nicht abonniert haben. Deswegen würde ich euch doch bitten, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert das Video, das würde den Kanal ziemlich unterstützen. Vielen Dank dafür für die ganze Unterstützung und dann fangen wir auch an mit dem Frontbericht im südlichen Teil von Donetsk. Wir haben Informationen darüber, dass die Russen tatsächlich in Richtung Bugiavlenka entlang der Waldlinien hier vorrücken konnten. Am gestrigen Tage hatten wir besprochen, dass es hier wohl Aktivitäten gab laut russischen Quellen. Jetzt haben wir Syriac Maps, also eine neutrale Quelle, welche darüber berichtet, dass die Russen tatsächlich hier weitere Geländegewinne verzeichnen konnten. Die Richtung in Bugiavlenka bleibt weiterhin ziemlich, ziemlich aktiv. Trotz dessen, dass die Russen hier nur kleinere Fortschritte alle paar Tage hier verzeichnen können, können wir davon ausgehen, dass diese Fortschritte stetig bleiben. Erstmal in den nächsten Wochen, kann sich natürlich aber von 0 auf 100 ändern, das sei auch angemerkt. Ukrainische Quellen behaupten, dass die russischen Streitkräfte südlich von Katrinivka die ganzen Felder einnehmen konnten. Es handelt sich um diese Waldlinien. Ich habe die Route der Angriffe ungefähr mal markiert auf dieser Karte, ungefähr so wie es ausgesehen haben. Und in Katrinivka selbst sollen die russischen Bodentruppen auch bereits im südlichen Teil weitere Geländegewinne verzeichnet haben. Aber auch im zentralen Teil dieser Ortschaft soll es russische Geländegewinne gegeben haben. Dass die Kämpfe in Katrinivka bereits begonnen haben, das wissen wir seit einigen Tagen. Manche hatten schon darüber gesprochen, dass die gesamte Ortschaft gefallen ist, unter anderem auch ukrainische Quellen. Aber das ist Quatsch, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Ortschaft ist zu großem Teil noch unter ukrainischer Kontrolle. Wie lange, das kann natürlich keiner sagen. Die russischen Sturmoperationen laufen aber aktuell wohl auf Hochtouren. In Antonivka genau dasselbe. Wir hatten bereits bei Beginn der Offensive in Katrinivka darüber gesprochen, dass russische Offensiven auch in Richtung Antonivka ziemlich wahrscheinlich unterwegs sind. Jetzt erhalten wir die ersten Aufnahmen, welche zeigen, dass die Russen tatsächlich das Gebiet hier stürmen. Wir sehen die russischen Drohnen, filmen einige ukrainische Streitkräfte in dem Gebiet. Und später sieht man, wie russische Infanteristen sich durch dieses Gebiet bewegen und die ganzen Häuser, Keller und ganzen Verteidigungsstellungen im östlichen Teil von Antonivka sichern. Also das gesamte Geschehen rund um Katrinivka, rund um Voledar scheint wohl eine größere angelegte Operation zu sein. Ich möchte einmal anmerken, die ganzen Operationen in Voledar, Vodiane, Konstantinivka und Katrinivka sind auf jeden Fall zusammen verbunden und dort steckt ein russischer Plan hinter. Viele hatten darüber schon spekuliert, was es sein könnte. Die realistischste Version, welche ich so gehört habe, wäre die, dass man versucht, erstmal Bugiavlenka einzunehmen. Wir sehen auch sehr heftige Bombardierungen in Bugiavlenka. Und nach dem Fall von Bugiavlenka versucht man später in Richtung Uspinivka fortzurücken, um sich die ganzen Kämpfe um die anderen Ortschaften hier zu ersparen. Einmal so ganz salopp gesagt, sage ich mal, ich hoffe, keiner nimmt das hier böse auf. Aber natürlich, wenn die Russen Uspinivka einnehmen können, dann ist die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte in Genivka, wie Selichai, Romanivka, die ganzen Ortschaften südöstlich davon nicht mehr zu gewährleisten, nur noch entlang der Felder. Und guckt man sich an, wann die Russen sowas potenziell erreichen können, dann reden wir eventuell von zwei, drei, vier Monaten. Und das ist dann genau die Jahreszeit, wo es ziemlich, ziemlich kalt ist und die Felder ziemlich unbefahrbar sind. Wir hatten bereits vor einigen Tagen schon die Meldung erhalten, im nördlichen Teil der Ukraine aus der Richtung Kursk, dass die Felder wohl immer unbefahrbar werden und immer schlimmer die Logistik über die Felder vonstatten geht. Ansonsten gehen wir in die Richtung Kurachawa. Südlich von Maximalivka konnten die russischen Streitkräfte tatsächlich weitere Gelände hier einnehmen. Wir hatten gestern besprochen, dass die Russen wahrscheinlich das Gebiet einnehmen werden. Wir haben das als Grauzone markiert. Jetzt haben wir die visuelle Bestätigung erhalten, dass das tatsächlich so geschehen ist. Aber auch in den Westen, in Richtung Kurachawa, gab es Angriffe der Russen. Wir haben Videos, wie mechanisierte Angriffe der Russen ausgeführt wurden in den Westen. Auch ukrainische Quellen haben bereits diese Geländegewinne der Russen schon zugegeben und auf ihren Karten markiert. Unter anderem Deep State UA. Wir haben auch eine Geolokalisierung, welche das bestätigt. Also das ist ziemlich sicher, dass das passiert ist. Und die Russen befinden sich jetzt knapp anderthalb Kilometer von Kurachawa entfernt. Also das ist wirklich nicht mehr viel. Wahrscheinlich können die Russen schon die ersten Häuser in der Ortschaft sehen. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Und wir können auch sagen, aus der Richtung Kurachawa, das hatte ich im gestrigen Video ganz vergessen zu erwähnen, dass die Ukrainer dort vier Brigaden stationiert haben für die Verteidigung der Ortschaft. Hier haben viele wahrscheinlich die Zahl 24.000 jetzt gerade im Kopf, weil die meisten denken wahrscheinlich 6.000 Mann pro Brigade. In der Ukraine sieht das ein bisschen anders aus. Klar, wenn man im Westen sagt, eine Brigade hat ungefähr 6.000 Mann, dann geht man plus minus 1.000 Mann vielleicht davon auch aus. Aber in der Ukraine ist das so. Natürlich erleiden Brigaden Verluste. Nur werden diese Verluste in der Ukraine selten aufgefüllt. Nennen wir es mal so. Man gründet lieber neue Brigaden. Was für einen Sinn dahinter steckt, das kann ich euch nicht erklären an der Stelle. Aber es passiert schon seit zwei Jahren so. Auch ukrainische Quellen berichten darüber, dass Reinforcement, also Nachschub an Manpower, jetzt nicht so dolle ist. Und man mehr verliert, als man wieder reinbekommt an Reservisten. Der Sturm auf Kurachawa wird dieses Jahr geschehen. Ich erinnere mich an eine ukrainische Quelle, welche darüber gesprochen hat, dass der Kampf um Kurachawa der letzte große Kampf in diesem Jahr sein wird. Bei dem Tempo, mit dem die Russen jetzt gerade vordringen, könnte es tatsächlich noch sein. Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt schon fast November. Knapp zwei Monate und eine Woche bleiben in diesem Jahr noch. Und Kurachawa ist jetzt auch nicht gerade klein. Zoomen wir mal ein bisschen in diese Ortschaft rein. Ziemlich viele Hochhäuser, um die gekämpft werden muss. Die Ukrainer haben eine gute logistische Lage, weil die H15-Straße aus dem Westen in den Osten geht. Die Russen werden dies hier schwer schneiden können. Ansonsten wäre es das aus der Richtung Kurachawa. In Richtung Girnik haben wir gestern besprochen, dass der letzte Sturm der Russen begonnen hat in dieser Ortschaft. Jetzt haben wir Informationen, dass wohl 60% dieser Ortschaft unter russischer Kontrolle sind. Zumindest behauptet das hier der ukrainische Blogger Miroschnikow. Dieser ist sehr pro-ukrainisch, das muss man an der Stelle sagen. Also es hat jetzt nichts mit Objektivität zu tun oder Ähnlichem. Oder Neutralität besser gesagt. Aber dieser schildert eigentlich recht objektiv die Lage in der Ukraine wieder. Hier spricht er davon, dass bis zu 40% der Stadt von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert werden. Die russischen Erfolge werden ungefähr so aussehen. Der Blogger spricht auch darüber, dass im Zentrum Kämpfe stattfinden. Kann aber natürlich auch ein bisschen verschoben sein. Die Linien eventuell kontrollieren die Russen jetzt aktuell sogar viel mehr dieser Ortschaft. Ansonsten westlich von Zheilanyedrugi gab es auch weitere Offensiven der Russen entlang der Felder. Und somit ist Girnik fast im Kessel. Die Russen greifen aus dem Norden, aus dem Westen, aus allen Richtungen, außer aus der südwestlichen Richtung in die Ortschaft aktuell an. Also eine sehr kritische Lage, welche aktuell dort stattfindet. Das nächste Dorf oder die nächste Kleinstadt, welche angegriffen wird, ist Kurachivka in diesem Zuge. Auch Kurachivka ist stark gefährdet. Aus Ostrivsky können die Angriffe kommen. Aus Zhuriane können die Angriffe kommen. Und sollte Girnik fallen, was sehr wahrscheinlich ist, dann werden noch aus dem Norden die Angriffe kommen. Die Ukrainer werden sich wahrscheinlich zeitnah aus den Positionen hier zurückziehen, weil die Verteidigung der Ortschaft Kurachivka einfach nicht zu bewerkstelligen ist. In der Richtung Zheilanyedrugi haben wir auch sehr viele Informationen. Fangen wir im nördlichen Teil an. Entlang der M30-Straße oder in Richtung der M30-Straße sollen die Russen weitere Geländegewinne verzeichnet haben. Wir haben hier Südakwebs, welcher das hier behauptet. Unter anderem haben wir auch eine Geolokalisierung, welche zeigt, dass die Russen tatsächlich entlang dieser Weitlinie, welche in Silidova endet, auch weitere Geländegewinne verzeichnen konnten. Die Russen veröffentlichen hier Videos, wie sie die ganzen Stellungen stürmen. Auch soll es Angriffe im nördlichsten Teil von Silidova gegeben haben. Hier behaupten weitere Militärblogger, dass die Russen bereits dieses Gebiet hier einnehmen konnten in dem Zuge. Ansonsten kommen wir jetzt auf die östliche Seite von Silidova. Auch hier haben wir Informationen von ukrainischen sowie von eher neutralen Quellen, dass die russischen Bodentruppen wohl 500 Meter tief in die Ortschaft eindringen konnten auf der östlichen Flanke. Die Karte haben wir dementsprechend als Grauzone angepasst, als umkämpftes Gebiet nenne ich das mal. Weitere Offensivaktionen soll es aber auch aus dem Süden gegeben haben. Eine Quelle spricht sogar darüber, dass die Russen bis zur Shevchenka-Straße südlich alles kontrollieren. Das wären natürlich massive Geländegewinne. Und alles würde darauf hindeuten, dass die Ukrainer sich aus diesem Gebiet wohl zurückziehen, sollte diese Meldung stimmen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Russen so schnell das gesamte Gebiet hier eingenommen haben. Es ist einfach, wenn man das mit den anderen Angriffen und den anderen Kämpfen und bestimmte Ortschaften in dieser Größe vergleicht, einfach unüblich, weswegen ich das hier sage. Weitere Offensivaktionen soll es auch Richtung Vishneve gegeben haben. Hier sollen die Russen laut ukrainischen Bloggern rund 300-400 Meter von der Ortschaft entfernt sein. Nein. Vishneve und die M30-Straße sind die einzigen Versorgungsrouten, welche in den Ukrainern bleiben. Die in Vishneve ist stark bedroht. Wir wissen, dass die Russen entlang der Waldlinien, wo die Eisenbahnlinie verläuft, Geländegewinne verzeichnet haben. Dort hindert die Russen natürlich nichts daran, aus den Wäldern beispielsweise die Straße hier zu beschießen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Sicht ist oder wie die Anhöhen in diesem Gebiet sind, aber die Möglichkeit besteht. Und da reicht natürlich eine ATGM. Wir können ja mal ungefähr die Distanz ausmessen, wenn die Russen sich hier befinden. Knapp 200 Meter. Also natürlich, das ist durchaus realistisch, dass diese Route nicht mehr befahrbar ist für die ukrainischen Streitkräfte. Dementsprechend bleibt eventuell nur noch die M30-Straße, welche in Richtung Selidyovo abmündet. Und diese wird auch fokussiert von den Russen gerade angegriffen. Der Plan der Russen ist es natürlich, diese Ortschaft hier sozusagen einzukesseln, die ganzen Versorgungsrouten zu behindern, einzunehmen und zu zerstören. Wir haben einige Berichte auch von Militärbloggern. Der eine spricht darüber, dass der Kampf in Selidyovo losgegangen ist, Kämpfe im Zentrum stattfinden und die Ukrainer sich zeitnah zurückziehen werden, sollten die ganzen Versorgungsrouten gekappt werden. Weitere Berichte sprechen darüber, dass die Russen bereits die Hälfte von Selidyovo eingenommen haben. Hier soll wohl ein ukrainischer Sniper darüber berichtet haben, das können wir aber nicht bestätigen. Und weitere Quellen sprechen darüber, dass die Ukrainer angefangen haben, sich aus diesem Gebiet hier zurückzuziehen. Wie bereits hier zu Beginn der Selidyovo-Analyse, nenne ich es mal, hier erwähnt. Also wir sehen, die Situation ist äußerst, äußerst kritisch. Unter anderem in Gyrnik, wo die Ukrainer selbst zugeben, dass die Ortschaft fast vollständig von den Russen kontrolliert wird. 60 Prozent, natürlich nicht fast, aber große Teile. Und in Selidyovo beginnt der Sturm, wie wir bereits vor zwei Tagen hier auf dem Kanal diskutiert haben. Wir werden, denke ich mal, in den nächsten Tagen die ersten Geolokalisierungen kriegen, welche zeigen, dass die Russen sich tief in Selidyovo drin befinden. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter nördlich. In Lisivka haben die ukrainischen Quellen auch bestätigt, dass die Russen das Gebiet hier eingenommen haben. Und nördlich von Novogradivka. Im gestrigen Video hatten wir darüber gesprochen, dass die ukrainischen Streitkräfte hier einige Gegenoffensiven gestartet haben. Was natürlich auch impliziert, dass die Russen sich in diesem Gebiet befunden haben. Dort sind einige Soldaten der Sondereinheitsskala oder Eliteeinheitsskala, wie auch immer man das nennen möchte, aus einem gepanzerten Fahrzeug ausgestiegen. Und haben angefangen, Gebäude zu stürmen. Dementsprechend impliziert das ganze Geschehen, dass Russen sich dort befunden haben. Wir hatten darüber diskutiert, dass es sich hier um eine Grauzone aktuell handelt, um ein umkämpftes Gebiet. Jetzt kommen von heute wahrscheinlich Artillerieinschläge genau in dieser Richtung. Welches wohl zeigt, dass die Kämpfe zugunsten der Ukraine ausgegangen sind. Und die ukrainischen Gegenoffensiven in diesem Gebiet erfolgreich waren. Weiter nördlich veröffentlichen die Russen Videos von einer ukrainischen Kolonne, welche vollständig auf dieser Route hier zerstört ist. Es ist unklar, in welche Richtung sie unterwegs war. Ob die Angriffe Richtung Krasnjärd geplant waren oder ob die Ukrainer beispielsweise hier entlang gefahren sind, um dann in den Süden hier anzugreifen. Diese ganzen Gegenoffensiven dienen natürlich nicht dazu, Novogradivka wieder zurück einzunehmen oder bis Avdivka fortzustoßen. Natürlich nicht. Das ist komplett unrealistisch. Wir reden hier einfach darüber, möglichst viel Zeit zu gewinnen, um die Verteidigungsstellungen in Pakrovs zu errichten, in Mirnagrad, in Selidiove. Und generell den russischen Vormarsch in dieser Richtung zu behindern und zu verlangsamen. Ob sie jetzt erfolgreich ist oder nicht, das können wir nicht beurteilen. Keine Ahnung, wie groß der Aufwand der Russen jetzt sein muss, um hier die Gebiete irgendwie zu stabilisieren. Das sei aber angemerkt an der Stelle. Da fehlt mir einfach die Kompetenz, um darüber zu urteilen. Aber im Großen und Ganzen eine ziemlich kritische Lage, schon seit ziemlich langer Zeit, trotz dessen, dass wir keine Informationen hatten. Die Neugruppierung der Russen hat allem anscheinend nach Früchte getragen, so möchte ich es mal nennen, weil die Offensiven scheinen ja wohl recht erfolgreich zu sein in der Richtung Pakrovsk. Dann gehen wir in die Richtung New York. Hier sollen die Russen weitere Geländegewinne nordwestlich der Ortschaft verzeichnet haben. Diese können wir nicht bestätigen. Generell können wir gar keine Geländegewinne westlich von New York visuell bestätigen. Wir hatten seit Wochen, knapp Monate teilweise schon, keinerlei Geolokalisierungen aus diesem Gebiet erhalten. Laut ukrainischen, russischen und neutralen Quellen sollen die Russen hier in den Westen vorrücken. Hier die Anhöhe eingenommen haben. Also das alles hier ist eine Anhöhe, welche die Russen ziemlich gerne haben wollen. Die meisten Teile kontrollieren sie bereits. Aber ja, wie bereits erwähnt, die Geolokalisierungen fehlen. Ziemlich wahrscheinlich ist es so. Beweisen können wir dies aber nicht. Ansonsten in Chasaviar einige FPV-Droheneinschläge, welche nur zeigen, dass die aktuellen Linien, wie wir sie auf der Karte hier markiert haben, höchstwahrscheinlich richtig sind. Eventuell sind die Russen in diesem Gebiet ein bisschen weiter vorgerückt. Aber den südlichen Teil, nenne ich das jetzt mal, der wird ziemlich wahrscheinlich noch unter ukrainischer Kontrolle sein. Das impliziert zumindest diese FPV-Drohnenaufnahme. Ansonsten wäre es das aus der Richtung Chasaviar. In Richtung Siversk hatten wir nicht allzu viele Informationen. Einige FAB-Gleitbomben-Einschläge, einige Artillerie-Einschläge, aber jetzt nichts Besonderes. Dann hat das russische Verteidigungsministerium überraschenderweise bekannt gegeben, dass die Ortschaft Novosadowy vollständig von den russischen Streitkräften eingenommen wurde. Am gestrigen Tage sah die Karte ungefähr noch so aus. Wir hatten die letzte Geolokalisierung der Russen entfernt von Novosadowy 7,5, knapp 8 Kilometer in den Osten entfernt. Und in Niewski waren die Russen natürlich vertreten. Das wussten wir auch, weil Niewski von den Russen eingenommen wurde. Es war nicht damit zu rechnen, wie bereits erwähnt. Es ist unglaublich, die Russen aus dem Osten in den Westen vorgestoßen sind entlang der Felder. Ziemlich wahrscheinlich eher aus der Richtung Niewski. Und die Kämpfe werden einige Tage gedauert haben. Dieses Gebiet ist recht symbolisch, nenne ich das mal, für die russischen Soldaten. Vor allem für die Verbände in diesem Gebiet. In Richtung Terni hatten die Russen ziemlich, ziemlich lange nur Verluste und kaum Erfolge. Teilweise mussten Erfolge sogar aufgegeben werden, weil die Positionen nicht zu halten waren unter dem Druck. Und es ist auch anzumerken, in diesem Gebiet, in Terni vor allem, waren die Azov-Brigade, also eine Azov-Brigade stationiert. Dementsprechend, also Azov, wissen ja viele, wofür die stehen. Da sind Neonazis, das muss man einfach so an der Stelle sagen, auch wenn das viele nicht hören wollen. Also, ja, dementsprechend, die Russen sind natürlich nicht allzu gut, auf die zu sprechen, kann man sich vorstellen. Und man möchte auf jeden Fall Terni einnehmen, vor allem nach den ganzen Niederlagen. Auf der östlichen Seite, entlang der ganzen Felder. Dementsprechend werden die nächsten Angriffe sehr wahrscheinlich aus dem Norden in Richtung Terni verlaufen. Dann in der Richtung des Ostgeschlusses hatten wir nicht allzu viele Informationen, besser gesagt, gar keine, welche Aufschluss darüber gehen, was jetzt passiert. Die Aktivitäten scheinen trotzdem weiterhin hoch zu sein. Laut den Berichten, welche man liest, sollen die Russen in alle Richtungen Geländegewinne verzeichnen. Jedoch können wir davon noch aktuell keine bestätigen. In der Oblast Kharkiv haben wir keine Informationen. Und in Kursk tatsächlich gab es eine etwas größere ukrainische Gegenoffensive. Wir haben Bildmaterial, Videomaterial, welches beweist, dass die Ukrainer bis in Silone Schleich vorgerückt sind. Am Stadtrand wurden sie aufgehalten, wie es scheint. Einige ukrainische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört. Wir haben die Karte natürlich dementsprechend angepasst. Ein weiteres Video aus Novavanovka ist aufgetaucht, aus dem westlichen Teil. Hier fährt ein ukrainischer Panzer herum und gibt einen Schuss ab, wenn ich mich recht erinnere. Aber hier sei mal angemerkt, diese Aufnahme müsste mindestens 10 Tage alt sein. Weil wir haben mal die Straße analysiert, wie zerstört die Straße ist, sind dort zerstörte Fahrzeuge. Weil auf neueren Videos sieht man, dass dort einige zerstörte Fahrzeuge am Straßenrand sich befunden haben. Jetzt ist da wohl nichts außer der ukrainische Panzer, weswegen wir davon ausgehen, dass es sich hier um eine Archivaufnahme handelt. Auch haben andere Militärblogger auch darüber berichtet, dass das wahrscheinlich eine Archivaufnahme ist. Zumindest habe ich ja einheitlich gelesen, der das behauptet hat. Aber die anderen haben nichts dazu gesagt. Also keiner hat gesagt, die Ukrainer sind in Norweih war in Afrika durchgebrochen. Und dementsprechend ist das eher so die allgemeine Meinung, würde ich jetzt mal stark behaupten. Ich möchte auch einmal anmerken, diese Aufnahmen könnten eventuell ein bisschen älter sein. Weil wir hatten Aufnahmen, wie die Ukrainer aus der Richtung Dorsteluk und Ljubimavka das Gebiet verlassen haben. Hier möchte ich einmal spekulieren, nenne ich das mal, dass diese Gegenangriffe gelaufen sind. Weil die Ukrainer in Ljubimavka und Dorsteluk oder eventuell nur in Dorsteluk eingekistelt waren. Und die Ukrainer hier einen Gegenangriff starten mussten, damit die ukrainischen Streitkräfte hier das Gebiet verlassen können. Denn eventuell ist die Karte gar nicht mehr hier unter ukrainischer Kontrolle, sondern dieser Angriff hat nur dazu gedient, um die Russen hier zurückzuschlagen. Damit die eigenen Infanteristen aus dem Gebiet rauskommen können, um diese zu befreien. Solche Befreiungsaktionen hatten wir schon öfter mal gesehen. Die letzte, an die ich mich erinnere, war in der Richtung Avdjevka, also in der Richtung Pakrovsk. Irgendwo da, wo genau, kann ich euch nicht mehr genau sagen, aber daran erinnere ich mich hundertprozentig. Dann östlich von Kremia Neuer sehen wir, dass hier Russen wohl ein bisschen Druck ausgeübt haben aus der Richtung des Waldes hier. Einmal in den Süden, einmal in den Osten. Wir haben FPV-Drohnen-Aufnahmen, welche das hier bestätigen. Aber vom Geländegewinn können wir jetzt nicht groß reden. Ja, kleinere Geländegewinne zugunsten der Russen, aber eher taktischer Natur aktuell. Auf der Seite Richtung Suche haben wir keine Informationen erhalten. Ansonsten, einige Trophäen wurden von den Russen wieder genommen. Ansonsten ist hier nicht viel mehr passiert. Dann tauchen immer mehr dieser Giran-Videos auf. Ich hatte vor einigen Tagen mal eins gezeigt. Hier haben wir weitere auf Sumi gefilmt, wie diese Giran-Drohnen wirklich in Massen sehr nah am Boden, low altitude, über die Ukraine fliegen und nicht abgeschossen werden. Ich meine, ich konnte mich erinnern, wir können ja mit der Karte mal zurückgehen. Vor einigen Tagen gab es hier Aufnahmen. Ja, hier haben wir das. Aus Priatnyi, also ziemlich tief im ukrainischen Territorium hatten wir Aufnahmen von ukrainischen Zivilisten, welche diese Drohnen aufgenommen haben. Wir haben einmal hier Aufnahmen, einmal hier Aufnahmen. Also wirklich direkt ab Dnieper sogar tatsächlich schon Aufnahmen gehabt. Jetzt kommen diese Aufnahmen aus Sumi. Ich frage mich, warum diese Aufnahmen erst jetzt auftauchen. Die Giran-Drohnen fliegen natürlich nicht erst seit zwei, drei Tagen. So flach über dem Boden, nenne ich das mal, sondern schon ziemlich lange und auch in sehr großen Zahlen. Wir haben gestern erst diese hohe Zahl besprochen von Giran-Drohnen, welche seit Anfang des Jahres verwendet wurden. Wir reden davon knapp um die 10.000 Stück. Höchstwahrscheinlich laut dem ukrainischen Präsidenten waren 6.200 abgefangen. Natürlich muss man da nur so eine Toleranzgrenze, nenne ich das mal, abziehen von dem, was abgefangen wurde. Und natürlich noch die drauf rechnen, welche nicht abgefangen wurden, was natürlich auch wichtig ist. Auch taucht nicht jede Giran-Drohnen in der ukrainischen Statistik auf. Das sei auch einmal an der Stelle angemerkt. Vielleicht kann mich ja jemand in den Kommentaren aufklären, warum erst jetzt diese ganzen Videos auftauchen, wie diese Giran-Drohnen hier so nah über den Boden fliegen. Weil die fliegen ja nicht erst seit gestern in diesem Gebiet. Ansonsten wäre es das aber erstmal von dem Frontbericht bezüglich den Luftangriffen auf das ukrainische Territorium. Wurden wohl 60 Schahid-Drohnen verwendet, plus 10 weitere, welche verloren gegangen sind. Aus welchen Gründen auch immer, technischer Fehler oder eventuell die elektronische Kriegsführung der Ukrainer, welche gegriffen haben könnte. Ansonsten der Osten-Leutern der Ukraine. Ich glaube, das hatte ich gestern vergessen anzusprechen. Hier wurden weitere 400 Millionen Militärhilfen versprochen an die Ukraine. Und der ukrainische Präsident soll wohl einige Aussagen gebracht haben. Unter anderem, dass er eine NATO-Mitgliedschaft erwartet oder eine NATO-Einladung erwartet. Und das mit der gesamten Ukraine, mit den Grenzen von 1991. Also er sieht es auf gar keinen Fall ein. Eine eigene Aussage, hier irgendein Gebiet abzugeben. Auch wenn die NATO-Einladung kommt, wie ich das jetzt so verstanden habe, zwischen den Zeilen. Hier spricht er auch darüber, das fand ich ganz spannend. Russland hat keine Probleme mit den menschlichen Ressourcen, was in der Ukraine eine ziemlich schwierige Situation veranstaltet. Ja, hier möchte ich mal anmerken. Also natürlich haben die Russen auch Personalprobleme. Es ist ja nicht einfach so, dass die ganzen Gehälter so krass gestiegen sind. Also ich habe die ganzen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das ist wirklich unfassbar. Es lohnt sich einfach nicht mehr, in Russland arbeiten zu gehen, weil der Lohn für die Fonds zu hoch gegangen ist. Und dieser Lohn, der ist natürlich nicht einfach so in die Höhe gestiegen, sondern weil die Nachfrage einfach nicht mehr da war. Und wenn die Nachfrage nicht stimmt, muss man natürlich das Geld erhöhen, damit mehr Leute bereit sind, für eine bestimmte Summe zu kämpfen. Wenn es bei 2.000 Dollar nur 500.000 Mann angezogen hat, dann wird es bei 3.000 Dollar weitere 200.000 anziehen. Für 5.000 Dollar wird es weitere 300.000 anziehen. Also das ist halt die Logik, irgendwann zieht es halt keinen mehr an und dann muss man immer wieder erhöhen mit dem Geld. Verursacht auch in Russland eigentlich schon ein paar Probleme, darauf will ich jetzt aber nicht näher eingehen. Eins kann ich euch sagen, was in den Nachrichten so gar nicht vorankommt, das weiß ich von Bekannten aus Russland. Wenn ein Soldat mit Kindern an der Front fällt, dann ist das so, dass die Kinder sozusagen die Garantie haben, dass sie an einer Universität angenommen werden. Und dann könnt ihr euch vorstellen, es fallen natürlich einige im Ukraine-Krieg, wir reden hier von Verlusten auf beiden Seiten, je plus 100.000 Mann, welche gefallen sind. Also ungefähr jetzt wirklich nur ein Richtwert, bitte nicht drauf festnageln. Und dementsprechend von diesen, sagen wir mal 100.000 Mann, von den 100.000 Männern haben natürlich auch Leute Kinder und dementsprechend gehen auch manche studieren und wollen an die Uni. Diese werden bevorzugt und die Leute, welche nicht im Krieg waren und Kinder haben und die Kinder wollen an die Uni, die müssten sich hinten anstellen. Und das ist so schon seit Beginn des Krieges eigentlich ein recht problematisches Ding gewesen. Und dann fängt es halt an mit den Bestechungen, dass die Leute, wo die Väter keine Soldaten sind, trotzdem an die Uni kommen ohne lange Wartelisten. Aber das jetzt nur am Rande. Ansonsten wäre es das dann von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und Bevorzugung immer eine diplomatische Lösung. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen. Bis zum nächsten Mal.